Ich lerne Deutsch. Nummer 10.847 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich melde mich freiwillig. Das wollte ich schon immer machen. Jetzt ist die Gelegenheit. Auf diesem Feld werden Sonnenblumen geerntet. Auf diesem Feld werden Sonnenblumen geerntet. Auf diesem Feld werden Sonnenblumen geerntet. Der Kinderwagen schaukelt sanft im Wind, während das Baby friedlich darin schläft. Der Kinderwagen schaukelt sanft im Wind, während das Baby friedlich darin schläft. Akzeptiere die Veränderung, um das volle Potenzial deiner persönlichen Reise zu entfalten. Akzeptiere die Veränderung, um das volle Potenzial deiner persönlichen Reise zu entfalten. Ich glaube, ich habe zu viel beim Kellner bestellt. Ich glaube, ich habe zu viel beim Kellner bestellt. Wie soll ich das alles essen? Ich glaube, ich habe zu viel beim Kellner bestellt. Wie soll ich das alles essen? Das Fahrrad ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, das in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich finde es müde. Ich bin gut. Untertitelung des ZDF, 2020